Das vergangene Jahr war für Dänemarks Prinzessin Mary, die seit 2004 mit Kronprinz Frederik verheiratet ist, eine besondere Herausforderung. Das Königspaar, das einmal König und Königin werden soll, hatte mit einer Reihe von Schwierigkeiten zu kämpfen, darunter die weltweite Pandemie und familiäre Konflikte. Inmitten dieser Gerüchte haben die jüngsten Fotos, die Mary bei einem neuen Hobby mit einem geheimnisvollen Mann zeigen, die Spekulationen über den Zustand ihrer Ehe angeheizt. Ein neues Hobby, Reiten als eine Form der Flucht Prinzessin Mary hat Trost in einem neuen Hobby gefunden, dem Reiten. Quellen, die dem Königshaus nahestehen, sagen, dass sie diese Aktivität als eine Möglichkeit sieht, Dampf abzulassen. Obwohl Fotos sie mit einem geheimnisvollen Mann zeigen, bei dem es sich angeblich um ihren Reitlehrer handelt, gibt es keine Hinweise auf eine romantische Beziehung zwischen den beiden. Auswirkungen der Pandemie Die aktuelle Situation der dänischen Königsfamilie wurde durch die Pandemie beeinträchtigt. Mit der Rückkehr ihrer Kinder von der Schule in der Schweiz und der Notwendigkeit, sie zu Hause zu unterrichten, standen Kronprinz Frederik und Mary vor zusätzlichen Herausforderungen. Darüber hinaus hat sich ihr ältester Sohn Christian, 15, mit dem Virus infiziert, was die Sorgen des Königspaares noch vergrößert. Gerüchte über Konflikte in der königlichen Familie Gerüchte über Konflikte zwischen den Schwägerinnen von Königin Margrethe II, Mary, Ehefrau von Kronprinz Frederik, und Marie, Ehefrau von Prinz Joachim, halten sich seit einiger Zeit hartnäckig. Obwohl sie sich in der Öffentlichkeit gut verstehen sollen, wird vermutet, dass sie um den Einfluss am dänischen Hof konkurrieren. Die Situation hat zu zunehmenden Spannungen in der königlichen Familie geführt, die sich auch auf die Beziehung zwischen Frederik und Mary auswirken könnten. ZERWIRFNIS IN DER KÖNIGLICHEN EHE Insidern zufolge hat sich das Verhältnis zwischen Kronprinz Frederik und Mary immer mehr entfremdet. Sie arbeiten in getrennten Büros und sehen sich nur noch selten, selbst wenn sie bei wohltätigen Aktivitäten zusammenarbeiten. Das Paar vermisst auch die formellen Veranstaltungen, bei denen sie früher gemeinsam auftraten und die zu ihrer Nähe beitrugen. Schlussfolgerung Während Prinzessin Mary von Dänemark sich einer neuen Leidenschaft widmet, dem Reiten, kursieren weiterhin Gerüchte über Spannungen in ihrer Ehe mit Kronprinz Frederik. Das Königspaar steht vor großen Herausforderungen, darunter eine Pandemie und familiäre Konflikte, die sich auf ihre Zukunft als Könige von Dänemark auswirken könnten. Trotz der Schwierigkeiten sucht Maria in ihrem neuen Hobby nach Momenten der Freude und des Ausgleichs.